Hallo und herzlich willkommen zu einem YouTube-Abend mit Mia, Beysa, Clarissa und Matissa. Oh, das müssten die ersten Gäste sein. Hallo Beysa, komm rein. Was ist mit deinem Baby? Mein Baby? Ja. Ich hab einen Babysitter bestellt, das hab ich ja doch am Telefon gesagt. Oh, das muss Clarissa sein. Clarissa. Hi, hey beste Freundin. Na Clarissa, was geht? Schon alles rund? Mhm. Ganz genau. Bist du auch hier für den Kino-Abend? Nicht Kino-Abend, YouTube-Abend. Hab ich ganz vergessen. Gehen wir hin. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Abend. Wow, das sieht ja richtig cool aus. Setzt euch nur hin, es ist genug Süßes für alle da. Wirklich schön hier. Oh, ist Matissa. Ich bin hier. Dein Platz ist hier. Mein Platz ist da. Beysa, möchtest du nicht auch hier rüberkommen? Ja, na klar möchte ich das. Ja, na klar möchte ich das. Dein Platz ist hier. Perfekt. Eine Frage. Gibt es doch irgendetwas zu trinken? Ich glaube, du hast deinen Hut falschrum an. Äh. Besser. Gibt es eigentlich was zu trinken? Warte mal. Soll ich sagen, wie ich mein Baby genannt habe? Ja, das wollte ich schon immer mal wissen. Also du weißt ja, es ist mein Baby. Bestimmt sowas wie Beiser. Ich habe es Kreischer genannt. Kreischer? Nein, ich habe es vor zehn Jahren. Äh. 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 Und? Wie lange ist es her, dass du dein Baby bekommen hast? Also ich habe Kreischer vor ein paar Monaten bekommen. Und das Leben ist wirklich anstrengend. Es kreist, es braucht Essen, es kreist, es braucht Essen. Nie kann ich mal mit Clarissa schreiben. Immer nur wegen dem Baby. Ich habe aber jetzt endlich meinen Babysitter bestellt. Genau. Sie kann immer nicht mit mir schreiben, weil sie nie Zeit dafür hat. Ey, jetzt gib nicht an, okay? Ey, wir können uns ja morgen vielleicht nochmal treffen. Und dann passt Emmel Luna auf mein Baby auf. Emmel Luna? Äh, egal. Also, gibt es auch irgendwas zu trinken? Ich mag Emmel Luna nicht. Du solltest sie nicht auf dein Baby aufpassen lassen. Da hast du recht. Und Matisse? Oh nein, wir haben ja gar kein Trinken für die Gäste. Was ist passiert? Wir haben kein Trinken für die Gäste. Oh oh. Ich renne los. Ich bin ganz zurück. Was ist denn mit der los? Keine Ahnung. Clarissa? Ja. Weißt du was? Ich warte. Na? Was wolltest du sagen? Also, Wutel, ich finde es echt wirklich toll mit dir. Du bist nicht so einsträngender als mein Baby. Oh ja, Kreischer ist bestimmt richtig nervig. Ja, aber trotzdem. Ich muss mich trotzdem um sie versorgen. Ja, das ist nervig, ne? Mhm. Aber das ist wirklich nicht so ganz toll. Aber jetzt glaube ich... Oh, warte mal. Ich glaube, sie sind wieder da. Tust du, als hättest du nicht davon gewusst, okay? Sonst kriegen wir Ärger. Hey, was? Ich möchte noch mehr Snacks. Genau wie du. Oh, Leute, es tut mir so leid, dass ihr warten müsstet. Hier ist was zu trinken. Wo ist Kai? Tut mir leid, dass ihr warten müsstet. Ich habe was zu trinken. Oh, ihr habt schon was. Hey, da bist du ja. Ich habe dich schon vermisst. Okay. Das können wir auch gebrauchen. Komm. Es sieht aus, als wärst du schon wieder schwanger. Äh, ich bin nicht schwanger. Ich wollte es nur sagen. Okay. Also, weißt du noch das letzte Mal, als wir McDonalds essen waren? Äh, nee, nicht so richtig. Ich habe mir was zu trinken. Also, was meinst du? Das ist wirklich ein... ...leckeres Riech. Also, ich muss dann... ...dieser Abend schon wissen. Richtig cool. Ja. Moment mal. Gibt es noch irgendeinen Film? Oh, ja. Ich möchte gerne... Äh, wie wär's mit... Coraline. Ja. Wie bitte, Coraline? Ich werde auf keinen Fall Coraline gucken. Das ist ein voll schlechter Film. Wieso nicht? Kannst du mir nicht einfach sagen, was dich stört? Immer machst du meine Ideen kaputt. Ich will Coraline gucken. Und bestimmt will Beißer auch Coraline gucken. Beißer, wie wär's, wenn du entscheidest, was wir gucken? Oh, du bist super nervig. Ich will nicht, dass wir Coraline gucken. Coraline ist der schlechteste Film, der je gedreht wurde. Und du? Beißer, du bist doch meiner Meinung. Du findest Coraline auch scheiße, oder? Coraline ist richtig schlecht. Oh, Mann. Ich will aber Coraline gucken. Weißt du was? Wir lassen einfach Beißer entscheiden, was wir gucken. Okay, Beißer? Bist du einer Meinung? No, Kay? Nein. Was? Beißer soll entscheiden? Das kannst du doch nicht ernst meinen. Beißer ist voll die Nudel. Weißt du was? Kai soll entscheiden. Ähm. Seht ihr? Kai will auch entscheiden. Also entscheidet er jetzt. Kai? Kai soll nicht entscheiden. Beißer soll entscheiden. Sie hat es sich verdient. Sie hat immerhin ein Babydruck zu ziehen. Das ist doch nicht dein Ernst. Beißers Baby? Das Baby hat überhaupt nichts damit zu tun. Kai soll entscheiden. Beißer soll entscheiden, nicht Kai. Nein, Kai soll entscheiden. Beißer. Kai. Beißer. Kai. Kai. Beißer 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 Kai. Stopp. Ähm. Okay. Entschuldige, Beißer. Weißt du was? Wir losen aus. In meinem Hut. Gut. Okay. Wie hast du das gemacht? Jetzt siehst du einen Kelch. Okay. Das ist garantiert Coraline. Ja, Coraline. Kann ich das einmal sehen? Nein. Bitte. Ach, das ist schön. Rabunze. Okay. Also los. Nein. Nein. Weißt du was? Ich gehe. Aber Clarissa. Ich dachte, du wärst auf meiner Seite. Ach ja, wir sehen uns morgen, okay? Okay. Okay. Hm. Hätten wir vielleicht doch Coraline gucken sollen? Nein. Wir gucken Rapunzel. Ich werde sie ja morgen sehen. Okay. Tada. Vor allem das mit dem Schal, ne? Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer übrigens auch schon mal Coraline geguckt hat, gebt uns bitte ein Like. Es wird jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr mit Beißer und Clarissa kommen. Wir wollten übrigens noch sagen, es ist sehr toll, wenn ihr das mögt, weil das war so viel Arbeit. Ja. Wir haben nämlich keine Ahnung von Cutten und mussten uns jedes... Danke. Und mussten uns jedes verdammte Mal umziehen. Ja. Ich hab das Kleid noch drunter an. Ja, seht ihr. Aber bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.